Hier ist meine erste, ich hab keine Ahnung was, auf jeden Fall mein erstes Teil mit meinem neuen Laptop. Yeah! Okay, ähm, ich wollte mal sagen, meine Haare sind was? War ich grad durch? Ja, letztlich so fertig war irgendwie gleich. Auf jeden Fall, scheiße, meine Brille. Ja, vielleicht zieh die mal eben ab. Oh yeah, meine Kamera hat irgendwie so einen Spack und ich weiß nicht, wie ich die nochmal krieg. Sind ich wunderbar impulsig. Ähm, irgend so was spackt halt. Ja, ich sollte vielleicht aufhören, so eine Scheiße zu labern. Auf jeden Fall bin ich heute hier, um auszulosen, wer mit mir das Movie Street Live macht. Yeah! Super, mega, toll! Uhuhuu! Ja, es haben sich drei Leute gemeldet. Ähm, ja, ist jetzt irgendwie spiegelverkehrt. Warte, ich hab so tolle, geile Effekte mit meiner neuen Kamera. Die kann ich euch ja direkt mal zeigen. Ja, ne? Ähm, gab's irgendwo... Nein, ähm, Filter. Oder das war's auch nicht, aber guckt euch das mal an. Das ist geil. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Okay, geht wahrscheinlich, aber ich bin super mega geil. Ähm, oder ich funkel. Uhuhu. Okay, ähm, vielleicht sollte ich damit echt aufhören. Schwarz-Weiß. Es sieht doch noch geil aus. Warte so, ähm, ey mein Gott, das sieht ja mal voll scheiße aus. Ähm, ja, ähm, ich such grad eigentlich was ganz anderes. Oh, jetzt bin ich an der Katze. Das wollte ich eigentlich auch nicht. Ähm, ja. Ist ja jetzt auch egal. Würde ich mal sagen. Nein, ich bin nicht sauer. Komm, Engelchen und Teufelchen. Ja, ich hab Engelchen und Teufelchen. Ist das nicht geil? Okay, ähm, das war jetzt genug Scheiße. Also, aber jetzt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich schätze, dass das jetzt schon gefällt. Wir haben jetzt drei Leute gemeldet. Green Day 2...2601. Jonas Brothers Big. Und Sony...8. Wo ich so schlecht in den Schein bin, werde ich jetzt einfach auslosen. Dafür brauche ich eine Schere. Die Zick-Tack-Scheres, die ich eigentlich nicht gekauft habe. Dann schneide ich die jetzt mal. Ja, so eine geile Zick-Tack-Scherre habt ihr nicht genug. Ja, ich bin der Kälte, deswegen halte ich meine Stimme so dämlich ab. Also bitte, keiner ist Kommentare wegen meiner Stimme. Ja, hier ist der erste Schnipsel. Green Day. Ja. Dann kommt das nächste Jones Brothers Free. Oh, ich hab so Angst, dass ich das andere jetzt kaputt schneide. Wo ich das so schön vorgeschrieben habe. Bin ich nicht sozial. Jonas Brothers Big. Super mega geil. Ähm. Und jetzt als nächstes. Die letzte. 208. Wenn ich das falsch ausspreche, tut mir das echt leid. Wow. Wow. Großartig. Fällt mir grad auf. Green Day habe ich nicht so lange in die Kamera gezeigt. Ich will jetzt ja nicht sagen, dass ich die Partei gespielt habe. Wow. Wow. Okay, okay. Jetzt falte ich die alle zusammen. Es ist Green Day. Einmal eins. Schwupp. 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 Kommt ein bisschen geiler Blumentopf. Da ist mir schon was anderes drin. Ähm. Textmarkcode. Warte irgendwie. Nur. Ich wollte jetzt nicht mal das. Und einen Knopf. Aber ich wollte diese ganz noch nicht auf meinem Schreibtisch auslaufen. Ich kann euch immer fragen. Sch. Okay. Kommt der rein. Da weiß nichts. Das ist, wollte ich schon mal das richtig sagen. Spannung pur. Kommt auch in diesen geilen Blumentopf. Und das letzte ist Smoney 8. Kommt auch gleich in diesen geilen Blumentopf. Ja, da war was drin. Aber ich hab's getötet. Muhahaha. Nicht echt bloß. Okay, ähm. Ich brauch jetzt schon vier Minuten hier für diesen Scheiß. Weil ich so viele Scheiß-Laber. Und ich hab da so Spaß dran. Ähm. Ja. Spannung pur. Jetzt hab ich genug gemischt. Jetzt wird gezogen. Wer hier auch immer auf diesem Zettel steht. Mit dem mach ich die Story. Trommelwirbel bitte. Uah. Okay, okay. Und die Oscar goes to... Johannesburgers Week. Woah. Okay. Es ist im Spiegelvergang aber scheiß drauf. Ihr wisst Johannesburgers Week. Du bist die glücklichste Frau jetzt in diesem Moment. Die Mädchen. Weil du mit mir die Story machen kannst. Hier ist das nicht Affen-Megagelb. Okay, ähm. Das war's dann. Eigentlich hab ich jetzt alles gemacht. Und... Ja. Ähm. Eigentlich könnte ich jetzt alles machen. Aber ich muss euch noch mal geil zeigen. Mich als Werwolf wollt ihr bestimmt mal sehen. Und tschüss bis zum nächsten Leser-Langeweile-Tag. Yeah.